Hat irgendjemand schon Spiele auf dem Wuckel? Männer hey, lass den doch mal spielen! Guck mal meiner, warte, hey wo ist der jetzt? Hast du erst gar nicht auf Transfere? Ich hoffe jetzt auf die Bank. 16-1-7, starke Ausbeute. Da macht die Assist, der hat ein gutes Auge, hab ich schon überlegt, aber du kaufst sowieso keiner. Na ja, auf jeden Fall, nein du gehst jetzt hier hin, zack zack, danke. You love me. Digga du bist Division, du bist Rame 1? Wie viel spielst du ja? Digga, der macht nix anderes. Ich hab nicht ein Division Rivals Spiel die Woche mehr. Ich hab nur gestern ein bisschen gespielt, um mein Team kennenzulernen. Hast du ihn kennengelernt? Ja, also wir können es ja gar nicht gut. Was mögen sie? Ronaido mag Finesce, um nicht positiv zu sein. Dann Ronaido ebenfalls. Digga, dass du beide nicht positiv hast, ist ja frech. Ja halt, beide machen Tore. Aber mit Doppelsturm ist immer schon eigentlich... Digga, guckt euch Overmars an. Du bist nicht im Kader, Junge! Ja, du hast verkauft, wa? Gabriel, was bist du denn? Digga, mach doch mal Quantana weg, oder was ist das da? Quinta... Nein, ich brauch Teuter, weil die wollen nicht eingewechselt werden. Hier, sonst, Nefriede wird gleich drücken in der 80. Ey, Pogba kann nicht mehr! Hohes Overmars, Overmars... Ey, du hast letztlich glaubt, du bist Hakan... Nein, du bist nicht Hakan. Oder Haji? Hab ich dich erkannt? Du hast Stadionverbot, danke, Männer. War eine lange Leidenszeit, Anthony ist ja da! Hey, Anthony ist wieder da! Und die Folge, wo Kevin wieder da ist... 107 Zuschauer! 107 Zuschauer! Meilenstein, Meilenstein! Ich hätte niemals gedacht, dass du das mal kielst! So macht's doch Spaß hier, so macht's doch Spaß! Gehen wir ins letzte Game! Bitte ein Schwitzer! Mach mal Overlay, 26-3... Ach, stimmt! Bitte irgendwas Süßiges! Schnell! Für Feeling! Ey, was machst du? Das ist ein Schwitzer-Team, Junge! Christiano! Junge, allein 4-5-1 sagt alles! Und Fred, dicker Fred! 4-5-1 ist immer Schwitzer-Team! Er hat Krille und Nehmer! So, 26-3 eingeloggt, Arroganto! 112 Zuschauer! Und jetzt, ohne Druck, meine Partie spielen hier! Auf geht's mit zwei Jungs, die mir über die Schulter gucken! Ich bin mental erkannt! Warum hast du eigentlich neue Snapchat-Account gemacht, Ledi? Ohne Sinn, ich hasse! Und warum sagst du vorhin, dass du Snapchat-Accounts hast? Weil du da vorher eh niemand Rister hießt! Vielleicht das wieder! Ja, nein! So! Ich war inaktiv so! Aber ich finde Snapchat-Bänder! Instagram-Bänder! Boah! Was macht er für eine Dreh- Oh! Instagram ist das neue Snapchat, oder? Ich schwöre, dass es viel besser! Okay, ey! Nerv mich jetzt nicht, Mann! Ein bisschen konzentriert ein bisschen! Elfmeter! Komm! Oh! Stress! Läuft besser als bei YouTube und Fortnite! Läuft besser als bei YouTube und Fortnite! Haha! Das ist auch scheiße in Fortnite! Oh! Schick doch Kreuz! Nico Schulz! Schirmt den Ball ab da, ey! Alter! Anthony schießt wieder rum! Sogar auf sich! Na, ich kann grad nicht, Mann! Geh mal! Holt mal ein bisschen! Mit dem Album! Holt mal! Aro Canto! Geh mal raus aus dem Swim für Fili! Hä? Geh mal raus aus dem Swim für Fili! Wer? Losti, du aber nicht so bei uns besser! Und Maulseri aka Virgin! ich mache mir so druck links und rechts ein bisschen frei sein aber auch immer nur wenig bis zu abklärt aber schon 700 weekend links auf dem buch gehabt ich habe gerade meine freundes ist meine freundes ist da haben leute 2000 siege und so 500 niederladen so ne scheiße schwore die haben hier von sich immer weggelegt kein spaß wie viel spiel hast du siegel ich er 300 der schläft schon mit crazy an auf fifa du hast mehr spieler als ich du spielst auch gar nichts richtig komisch nein sieg mal ehrlich im chat sieht er nicht aus wie kris morling oh nein es ist wie polpogba man wo spielst du er spielt in der u19 das land ist ganz drüben das sind er sich mal konzentrieren es geht um angeteilt danke stress poppa wichtig wichtiges langes er geht voll ab und fühlt sich auch noch toll dabei aber wo spielst du weil da steht ja profi hertha bc profi es ist 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 Ich höre nichts. Das läuft schon. So leise. Kommentator ist lauter als Musik. Mach ein Montebeat ab. Was ist denn Montebeat? 118 Zuschauer. Ist das crazy, oder? Das ist krass. Gebt Nico Schulze immer, der hat eine Idee. Ich weiß noch, wo wir immer... Vom Bordschein bis zur Skyline. Wir haben angefangen mit Fortnite. Ein bis zwei Zuschauer. Oh nein. Boah. Ja, ja, ja. Ja, noch einen. 11er. Entspann dich. Er ist nervös. Er ist nervös. Boah. Schultern ans Kinn, Alter. Komm. Machst du gut? Oh nein, wo bist du? Danke für den Follow. Beste Motivationsmusik auf Volumen 0,1. Ach, Leute. Oh. Ungenau. Ronaldo, ey. Für ein Klatschspiel. Für ein Klatschspiel. Davor 15 Zuschauer bei YouTube. Korrekt. Der hat 15 Zuschauer bei YouTube. Davor. Der war... Storm kenn ich. Der war früher immer bei YouTube da. Das ist ein Realkeeper. Entschuldigung. Ist das richtig? Nein! Oh mein! Nein! Jetzt habe ich noch einen Angriff. Ja. Du musst ihn ja vorne noch mit. Na, du hast ihn. Ja, ja. Na, du hast ihn. Wow! Einschlafmusik, mach mal den Müll aus. Das ist wirklich scheiße ey. Ich brauche meine schwarze Musik. Aber man hört uns so nicht mehr, glaube ich. Ach man, was juckt Musik ey. Chillt einfach. Ich muss ein bisschen singen. Ja, ich fress hier. Komm. Abschluss. Noch einen. Ja, ja. Was ist das? Oh, der reingespritzt. Sogar grün. So was gibt es nicht. Das ist mein Schicksal. Wo ich letztes Spiel gespielt habe. Und dann letztes Spiel verloren habe. Wo ich gequittet bin. Mir fällt ein. Darum sage ich nicht Eli. Also ein Spiel schnell für mich machen. Kante erneut. Oh Gott. Kante mit Picke. Schnell weg damit. Poggi. Schieße. Ne, mach nicht. Soll ich mit Aran fahren? Ich hätte es versuchen mit Reusen gehen. Ne, weiter. Noch einen auf Bauch und letzter Versuch. Oh. Zu kompliziert, zu schwer. Poggi kann nicht so gut schießen. Glaub mir, ein grünes Time-Finish. Da kann jeder schießen. Poggi hat es schon oft verloren. Mach es. Momo hat Anthony für 600 Sekunden getimert. Kurze Ecke. Momo hat Anthony für 600 Sekunden getimert. Kurze Ecke. I get a game in the screens. Shoot. Shoot. Okay, chill. Was schreibt denn Anthony schon wieder? Anthony will deutsche Musik. Anthony wirklich ballack. Wechsel dich ein. Maike schreibt wechsel dich ein. Dicke, mach mal wirklich. Mach mal. Nervt nicht Junge. Wechsel dich mal ein jetzt. Hast du kein Vertrauen in dir selber? Nein. Ich bin Joker. Wenn ich mal reinkomme ins Mittelfeld mit zittrigen Knien, Alter. Geht's um Elite. In so Lübler-Stadion. Geht's um Elite. Einfach mal ins kalt Wasser werfen, sagst du? Ja, mach doch mal. Oh, nicht was. Das wäre witzig. Mach doch mal. Dicke, stell dir vor, du machst Kopfballtor nach Ecke. Oh. Nika, das ist echt schwer. Ey, jetzt darf ich mal wieder nicht machen, bitte. Nach Ecke einfach mal auf den 2 Meter rein. Der springt nicht mehr hoch. Der lenkt das Ding einfach rein. Oh oh. Das riecht Nico Schulz. Der Junge ist für so ne Momente geworden. Ah. Oh 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 oh. Der wird nerven. Du musst abschießen. Komm. Ja. Oh. Oh. Zieh zurück. Oh, ich will flicken. Flicken, ja. Aber du hast ihn. Mit dem Hinterkopf aber genau. Weil er gar nicht hoch springt. Jetzt mach es. Nein, Digga. Der lag scheiße. Oh. Stylist. Jetzt ein gutes Lied ist wichtig. Eli, ich sag dir, wenn du weitermachen musst. Naja, kannst du das. Niko. Niko Schulz. Komm noch über links, gerne. Ich hab da Niko, der alles dafür gibt. Flippt. Und Kante. Oh. Oh, links. Ah, das flippt. Das switcht. Nein, ich schau nicht nach. Danke für die Follows, Männer. Und Darm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Boah. Ist das echt krass. Hätte ich davon gepostet auf Insta. Nein, danke. Nein, nein. Ich mag den Ball nicht so. Geht rein. Auf zwei, auf zwei. Auf zwei. Boah. Aufschluss. Warum ist Ronaldo nicht reingegangen? Boah, er war auf zwei dann. Ach, schön. Drückraum. Boah. Oh, oh. Take a look. Niko, Ponta. Niko. Das ist ein Franzose gegen ihn. Ja Junge, kriegt die Beine dazwischen. Ferdinand ergreift die Initiative. Mit langen Schritten. Gutlich, lang und langsam. In die Box. Tschüss, Digga. Ruhig, 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 ruhig. Mach's mit Cruyff. Johann! Und das Klatschen trifft in den Grün, Mann! Bring dich, du bist geboren. Koch, Koch Junge! Bring dich jetzt! Ja, sehr gut! Ey, was mach ich mal? Für euch! Z, David! Z, David! Z, du musst das organisieren. Du musst das jetzt hier irgendwie organisieren. Wechsel aber nochmal. Warte mal kurz, Digga. Bring es jetzt nach Hause, Friese! Ich bin gespannt, was ich so drauf hab. Ja, du wirst so ins kalte Wasser geworfen. Du bist noch auf Offensiv. Ja, alles gut, alles gut. Ich bleib weiter, vier und zwei und zwei. Jetzt mit schlottrigen Knie ins Olympiastadion. Vollzeit hab ich nicht. So wie ich das Ding hier runterspiegel... Ich freu mich mies, dass ich jetzt drin bin. Endlich darf ich mal auf die Wiese, ey. Weekend in Luftschlumpan. Wenn man dann mal die Songs bekommt, dann muss man dir aber auch mal nutzen. Wo ist er? Mit der Glatze bist du, Digga. Du bist nur... Ja, rechte Bildrand. Nein. Nein. Voran, voran. Ja, bist du nicht an Cool-Riata? Wie maschinell er aussieht. Miesbreit! Miesrealistisch. Coutoie! Hey! Jetzt mal lang auf die 2 Meter Ochse. Auf den 2 Meter Rochen. Wie sieht's an, oder? Rochen? Junge, wie lustig, man. Und wer bietet sich hier in der Linie an? Oh, Sidney! Spiel Pass und dann, was Herr Reis beigebracht hat. Defensive Arbeit, Sidney. Hey! Lass Sidney das Ding spielen! Das Spiel geht irgendwie nie vorbei bis jetzt. Hält er sich aber auch geschickt raus. Ich glaube, dafür wird auch keiner zur Richtung bei. Suchen wir mal Niko Schulz hier. Der andere Kollege. Oh, hey! Wer ist der Schiri? Oh, oh, oh! Sidney! Genau das will ich sehen, Junge! Mann! Und jetzt noch Assis, jetzt noch Assis! Was für ein Auge! Was für ein Auge! Mach das doch! Der war grün! Der war grün! Weil er Winkelscheiße war! Und der war grün! Sidney! Was für ein Auge! Da ist er nochmal! Junge! Ist der gut! Was muss sich der Gegner denken, Digga? Die lachen sich tot im Chat. Ja, ja, ja! Oh, Digga! Warum machst du Time-Finish bei einer Ecke, Junge? Was hast du genau? Bei Flanken ist das immer so! Niko! Zeig nochmal! Runter! 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 Der weiß, wie es geht! Und Sidney mitnehmen! Andere Seite! Oh! Oh! Kein Elber! Kein Elber! Was für ein Ball! Jetzt lass doch mal die Zeitmutter auf! Nicht X drücken! Nicht X drücken! Ja! Auf den langen Lachs! Das ist alles! Das sind alle Seconds! Macht den Shot! Alles Seconds! Jetzt auf den langen Lachs! Wir sehen mal an! Unschwarz! Lass mich in Ruhe, Mann! Mach da mal! Niko will den Ball! Und kriegt ihn! Niko! Runter! Runter jetzt! Mach dich nicht unbeliebt! Oh 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 oh! Wo kam er draus? Er flankt! Er ist hektisch! Ah, gut so! Frieden mit dem zweiten Pfosten gedenkt! Lass! Nicht! Komm! Noch mal zurück! Da will er noch mal den Ball! Friede will den Ball! Und leid ihn direkt weiter! Gute Vororientierung! Und Sidney! Genau! Geh mit, geh mit! Spiel dich! Geh zur Linie! Es gibt nur eine Richtung! Es gibt nur eine Richtung! Ich will! Doch, mach das! Unser! Matthew im Zizi, mein Mann! Mit ner Fehlentscheidung! Das war's! Mit ner Klatschfehlentscheidung! Und hol mal Sidney ran dir! Hol mal Sidney ran dir! Hol mal Sidney ran dir! Digga, wie sehe ich das? Das ist doch nicht mal schwer! Das ist gar nicht Sidney! Was für ne Ecke! Das war ich gar nicht! Das war ich gar nicht! Da bin ich! Ich bin im Rückraum! Oh mein Gott! Jungs, Elite 1! Oh mein Gott! Und Sidney jubelt da! Und lässt sich feuern! Und er genießt es einfach auf der Wiese zu stehen! Eli! Zum 27! 227! GG's in den Chat! Ich liebe euch alle! GG's in den Chat! Mit 120 Zuschauern! Free Anthony! Alter, ich hab die letzten 50 Spiele in Folge gewonnen, glaube ich! Anders! Patrick, ich liebe dich auch! Und da fällt ihm ein Stein vom Herzen! Zeig mal kurz Bewertung von Friede da! Ich weiß nur einen, der es nicht gönnt! Und das ist Julius Kade! Ja, Julius Kade! Wollte ihn alleine rufen! Nein! Wir gönnen uns alles! Ich glaub für Julius ist das auch noch aktiv! Ich passe 4 von 4! Hast du ne Bewertung bekommen? Abgebrochene? Was heißt die? Abgeschlossene! Achso! Gewonnene 2-Künfe 1 von 1! Also das nennt man mal ein Debüt! Das ist ein Debüt! Das ist einfach ein Debüt! So will man es haben! Und Elite 1! Meine, Elite 1 hat schon auch nie geschafft übrigens! Ich kann das denn noch nie beantworten! sag mal, dass ist eine gute Idee! Hey Songgoang gib mir Kraft! Danke für den Support! Ohne euch wäre das alles nicht möglich! Wie heißt denn dieses Lied? Dieses No-Stylers? Wie heißt es? No-Stylers, du Spast! Ja wo ist es denn du Knecht?